Mein Jahr 2020. Schön, dass es euch alle gibt. Dieses Jahr war schwer. Im Januar und im Februar war noch alles in Ordnung. Im März ging dann Corona los. Für mich war es schwer, damit umzugehen. Mich hat es sehr umgehauen, dass das Pixellabor schließen musste. Das war wie ein Schalter. Einfach aus. Ich konnte kein Pixel Workshop mehr mitmachen. Und den Znutletter mussten wir über Brief und Telefon machen. Wegen dem Virus konnten wir uns nicht mehr treffen. Das war für mich richtig schwierig. Ich habe mich da sehr alleine gefühlt. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr besser wird. Eure Frau Sardre wünscht frohe Festtage und alles Liebe für das Jahr 2021.